Hallo meine lieben Gnulis und willkommen zum 6. Dezember. Ich wünsche euch allen einen schönen Nikolaustag und wir quatschen gar nicht drum rum. Bei mir scheint die Sonne, es ist ein wunderschönes Wetter, ist auch in der Sonne schon noch relativ warm, finde ich, für die Jahreszeit. Schreibt mal drunter, wie es bei euch so ist und ich würde sagen, wir ziehen direkt und quatschen nicht lange rum. Es ist Sonntag, ihr habt auch andere Dinge zu tun. Wir mischen wie immer durch. Mischen, 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 mischen. Und dann ziehen wir. Und ich ziehe. Ich weiß, ob ich es richtig ausspreche. Snipples Minecraft Tutorial. Herzlichen Glückwunsch, du hast am Nikolaustag gewonnen. Da Nikolaus ist, gibt es natürlich ein bisschen mehr abzustauben. Und zwar einen Fallout 4 Anhänger. Ein Fallout 4 T-Shirt. In Größe L. Ich hoffe, das passt. Und eine mega coole Fallout 4 Tasche. Ein Rucksack. Und ich hoffe, dir gefallen die Sachen. Du hast viel Spaß damit. Und ich sage danke fürs Mitmachen, wenn ihr für den 7. euch bewerben wollt. Einfach drunter schreiben. Teilnahme. Ihr kennt das ja. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Schön Nikolaustag genießt den Sonntag und das tolle Wetter, wenn euch schönes Wetter ist. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Tschüss.